Was es mit dem Geiger-Müller-Zählrohr auf sich hat und wie es funktioniert, erfährst du hier. Viel Spaß! Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App! Mit einem Geiger-Müller-Zählrohr kannst du ionisierende Strahlung wie Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung nachweisen. Die Strahlungsarten haben wir bereits für dich in eigenen Videos vorbereitet. Dieses Strahlungsmessgerät ist relativ leicht zu bauen. Das Kernelement ist eine mit Edelgas befüllte Metallröhre. Sie dient als Kathode. Zudem hat das Gas im Inneren einen verminderten Druck von ungefähr 200 Hektopascal. Entlang ihrer zentralen Achse verläuft ein Wolframdraht, welcher als Anode fungiert. Zwischen dieser Anode und der Kathode legst du eine Hochspannung von ungefähr 400 bis 900 Volt an. Beim Detektieren von Strahlung entsteht im Inneren der Zählröhre eine Gasentladung. Sie werden dann mit Gas, Halogene oder organische Stoffe wie Alkohol beigemischt. Fällt nun ionisierende Strahlung in das Rohr ein, werden Elektronen vom Gas abgespalten, was zum Auslösen einer Elektronenkaskade führt. Durch die Ionisierung wird das Gas leitend und der Stromkreis zwischen Kathode und Anode schließt sich. An der Anode ist ein Widerstand angeschlossen. Hier greifst du nach dem Ohmschen Gesetz eine Spannung ab, wodurch du ein akustisches Signal, das typische Knacken, generierst. Du hast die Anwesenheit von Strahlung nachgewiesen. Ein Geiger-Müller-Zählrohr besteht allerdings nicht nur aus der Röhre, sondern umfasst zudem noch die notwendige Messelektronik. Die Komplexität deines Aufbaus hängt davon ab, ob du Ionisationsereignisse oder Strahlendosen messen willst. Den einfachsten Aufbau erhältst du, wenn du Ereignisse, also Spannungsimpulse, zählen willst. Diese Messung wird meist für Alpha- und Beta-Strahlen benutzt. Über den gleichen Widerstand kannst du dir die Summe aller Ereignisse über einen festen Zeitraum oder die Zählrate ausgeben lassen. Da dein Geigerzähler aber nur die Anwesenheit von Strahlung feststellen kann und nicht deren Energie, müssen entsprechende Modifikationen vorgenommen werden. Dazu muss dein Geiger-Müller-Zählrohr die Dosis in Relation zur Zählrate anzeigen. Damit das bewerkstelligt werden kann, wendet die Messelektronik vordefinierte Faktoren auf die Zählrate an. Wie dieser Zusammenhang hergestellt wird, ist abhängig vom Gerät und dessen Kalibrierung. Anschließend kannst du dir das gemessene Signal in digitaler oder analoger Form ausgeben lassen. Damit du verstehen kannst, warum dein Geigerzähler derart aufgebaut wird, hilft es auch, die Funktionsweise besser zu verstehen. Damit du das Zählrohr verwenden kannst, musst du zuerst eine Gleichspannung an deine Kathode und Anode anlegen. Die ionisierende Strahlung fällt dann in das Zählrohr ein und setzt Elektronen im Edelgas frei. Diese wandern anschließend durch das elektrische Feld zur Anode. Mehr zum elektrischen Feld kannst du unserem Video für dich entnehmen. Durch die hohe Spannung bewirkt jedes einfallende Teilchen eine selbstständige Gasentladung. Das bedeutet, dass jedes freigesetzte Elektron mindestens ein weiteres Elektron löst, bevor es die Anode erreicht. Dieser Prozess löst eine Elektronenkaskade aus. Diese Gasentladung brennt so lange, bis die Ionenwolke sich so weit ausgebreitet hat, dass weitere Ionisation abgeschirmt wird. Wenn hinreichend viel Gas ionisiert wurde, entsteht ein Zeitfenster, in welchem weitere Strahlungsteilchen nicht registriert werden können. Dieses Zeitfenster heißt Todzeit. Während der Todzeit ist der Geigerzähler für weitere Impulse unempfänglich. Durch das Abspalten der Elektronen entstehen entsprechend viele positiv ionisierte Teilchen. Diese wandern in Richtung der Kathode, sind aber langsamer als die Elektronen. Dadurch erfolgt eine Abschirmung der Anode durch die Vielzahl der Ionen. Infolgedessen sinkt die Spannung zwischen Kathode und Anode stark ab. Die Beschleunigung von weiteren Teilchen wird reduziert und die Elektronenkaskade stoppt. Somit kommt der Stromfluss zum Stillstand und das Zählrohr misst kein Signal mehr. Tritt also ein weiteres ionisierendes Teilchen ein, kann dieses unter Umständen nicht registriert werden, solange sich die Ionenwolke an der Kathode nicht entladen hat. Die durch die Todzeit entstandenen Messabweichungen kannst du mit der Formel M ist gleich M' geteilt durch 1 minus T mal M' annähernd korrigieren. Damit weißt du jetzt, was ein Geigerzähler ist und wie er funktioniert. Sehr gut! Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos, komm auf studyflix.de und hol dir unsere App.